Aber es hat Spaß gemacht in seiner Ehe, und der Kompass hat man gar nicht mehr Spaß gemacht. Aber es hat uns einfach nur das alles. Finde ich geil, dass es so gut geht. Ich muss es meinen, selbst wenn es nicht so gut geht. Ich wollte es mit Führern mal, und dann bin ich von meiner Führer. Das ist so gut. Da ist natürlich auch kein Aufzeichnungsgerät. Dabei sagt man, dass das Haupte in den Luft ist. Deswegen kommt es mir nicht mehr auf. Das hat uns immer so gut. Ich frage mich, was wir an den Kinsen umlaufen. Wie das sind, wenn wir in den Kinsen umlaufen? Wie das jetzt in den Kinsen umlaufen? Wie das sind in den Kinsen umlaufen? Wie das ist so, wie das ist? so richtig, was wir auf dem Markt sind. Ja, das ist so. Es ist so was an der Schattel. So, es gibt eigentlich schon eine Fischung, die wir auf dem Markt sind. Und es gibt auch vier praktische E-Mails, die wir jetzt nicht mehr so haben. Und es gibt auch noch eine Fischung, die wir jetzt nicht mehr so haben. Und es gibt auch die Fischung, die wir jetzt auch noch so haben, dass man hier auch so auf dem Markt, und verschiedene, von genannten Charakteristiken einstellen kann. Und so in den 20 Jahren, so ein paar Jahre, wenn man es nicht mehr so hat. Aber ich sage das mal von einer Seite, ich sage das mal, das ist ein bisschen die elektronische Klingel. Und das ist alles so, dass wir jetzt sehr unergeteilt sind. Bis zum nächsten Mal.